Die Ereignisse in Mannheim von Freitag machen uns alle wirklich komplett sprachlos. Und jetzt kommt auch noch ein Totalversagen der Behörden raus, da dieser Afghane illegal bei uns war. Würden die Behörden funktionieren und die Politiker nicht so viel blockieren, dann wäre der Mannheimer Polizist noch am Leben. Und die Polizeiakte von diesem Afghanen hält noch viel krassere Details parat. Schauen wir uns das Ganze mal an. Los geht's! Das, was letzten Freitag in Mannheim passiert ist, das macht uns alle komplett fassungslos. Wir alle sind traurig und wütend zugleich. Es macht uns einfach unglaublich wütend, dass sowas in Deutschland möglich ist. Aber wisst ihr was? Soll ich was sagen? Es wird noch schlimmer. Der Täter war wie so oft polizeibekannt und illegal bei uns. Die Welt veröffentlichte heute nämlich brisante Details. Die Akte Sulaiman A. und eine mögliche Spur ins Dschihadisten-Milieu. Nach dem tödlichen Messerangriff von Mannheim dauern die Ermittlungen an. Welt erhielt nun Informationen aus Behördendokumenten über den Täter. Demnach wurde sein Asylantrag schon vor langer Zeit abgelehnt. Im Netz finden sich mögliche Hinweisungen auf die Gesinnung des Verdächtigen. Tja, da habt ihr es. Der Asylantrag von dem Afghanen wurde schon vor langer Zeit abgelehnt und er war illegal bei uns. Wären die Behörden also ihrem Auftrag der Abschiebung nachgekommen, dann würde unser Polizist Ruvenlauer noch leben. Und das macht mich wirklich extrem fassungslos, dass man wieder mal erneut hier von einem der sogenannten Einzelfälle lesen muss, welcher nur aufgrund von kompletten Behördenversagen passieren konnte. Die Welt schreibt weiter. Welt erhielt nun Informationen aus Behördendokumenten. A kam demnach im März 2013 nach Deutschland. Zuerst gemeldet in Frankfurt am Main, zog er später in den Kreis Bergstraße nördlich von Mannheim. In Bensheim machte er 2017 seinen erwarteten Hauptschirpschluss. In der Freizeit drehte A den Kampfsport Taekwondo. Sein Asylantrag, passt auf, wurde bereits im Juli 2014 abgelehnt, abgeschoben wurde er allerdings nicht. Neun Jahre später erteilten ihm die Behörden eine befristete Aufenthaltsgenehmigung nach § 28 des Aufenthaltsgesetzes. Demnach hatte A mit einer Frau in Deutschland ein Kind bekommen, das die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und für das A offenbar das Sorge-Richt trägt. Das genügt für ein Bleiberecht. Wow, was für eine Vollkatastrophe. Dieser Typ kommt 2013 nach Deutschland und danach brauchen die Behörden über ein Jahr für seinen Asylantrag und schlussendlich wird der Antrag abgelehnt. Und was passiert dann? Wird der abgelehnte Asylbewerber etwa abgeschoben? Nein, er bleibt neun Jahre lang illegal in Deutschland, radikalisiert sich und sticht dann letzten Freitag einen deutschen Polizisten ab und noch sechs weitere Menschen. Man kann hier also ganz deutlich festhalten, würden die deutschen Behörden endlich mal ihren Job richtig machen und würden die ganzen linksgrünen Politiker das nicht so krass blockieren, dann wäre dieser Mann schon vor langer Zeit abgeschoben gewesen und der deutsche Polizist Ruf Lauer wäre noch am Leben. Und gerne könnt ihr ja selber mehr googeln, wer die regierenden Politiker in diesen Regionen waren. Aber passt auf, das Ganze geht ja noch weiter. Dieser Sulaiman hatte offenbar einen eigenen YouTube-Account, wo man seine Radikalisierung sogar verfolgen konnte. Die Welt schreibt weiter. Und damit kommen wir jetzt wirklich zu einem extrem heiklen Punkt. Und da müsst ihr aufpassen. Dieser Mann, dieser Afghane hat sich offenbar in Deutschland radikalisiert. Also in genau dem Land, was Frau Merkel ja als das beste Deutschland aller Zeiten betitelte. Und das macht mich sogar noch mehr sprachlos. Da flüchtet eine Person auf Afghanistan zu uns und sucht Schutz bei uns. Wir geben ihm Schutz, obwohl er sogar illegal bei uns ist. Dann radikalisiert er sich trotzdem und metzelt mehrere Menschen nieder. Und da muss man sich doch fragen, wie viele solcher Menschen haben wir in Deutschland, die vielleicht sogar friedlich irgendwann mal zu uns gekommen sind, sich dann aber aufgrund ihrer politischen Einstellung radikalisierung radikalisiert haben und dann solche Taten begeben. Wie sicher sind wir noch in Deutschland? Hier siehst du mal eine Grafik von Statista aus dem letzten Jahr. Zu diesem Zeitpunkt gab es 608 bekannte Gefährder in Deutschland und 505 davon aus religiöser Ideologie. Das sind 83 Prozent. Im Vergleich dazu, 72 kamen aus dem rechten Spektrum, also 12 Prozent. Und das vergleicht mal 83 Prozent gegen 12 Prozent. Und dann stellen sich unsere linksgrünen Politiker hin und behaupten, die größte Gefahr in Deutschland kommt von rechts. Also das ist doch komplette Realitätsverweigerung und eine Verdrehung der Tatsachen. Und genau das ist einfach der große Knackpunkt, warum es auch zu solchen Taten wie letzten Freitag im Mannheim kommen konnte. Unsere linksgrünen Politiker, die ignorieren einfach die größten Gefahren, die wir in Deutschland haben und lenken die komplette Aufmerksamkeit und das komplette Geld auf den Kampf gegen rechts. Alles andere wird ausgeblendet, weil es nicht in deren Ideologie passt. Und dazu gesellt sich dann noch massives Behördenversagen, wie in diesem Fall, wo man es nicht mal schafft, einen abgelehnten Asylbewerber neun Jahre lang abzuschieben. Tja, und das Ergebnis dieses Totalversagens der Behörden und auch der politischen Realitätsverweigerung können wir ja spätestens seit letztem Freitag groß in allen Medien lesen. Und deswegen macht sich jetzt richtig große Panik bei den linksgrünen Politikern breit, vor allem jetzt kurz vor der Wahl, weil sie jängst Angst haben, durch dieses Ereignis könnte sich zum Beispiel die EU-Wahl komplett kippen. Und deswegen betreiben sie jetzt großen Aktionismus, wollen damit aber lediglich ihre Haut retten. Die Bild hat eben geschrieben, nach Mannheimer Messerattacke kommt jetzt die Asylwende. Der neue Plan, schwerst kriminelle Ausländer wie Suleiman.at sollen in ihre Heimat abgeschoben werden, selbst wenn ihr Land nicht als sicheres Herkunftsland eingestuft wird. Bedeutet auch Abschiebung nach Afghanistan oder Syrien soll möglich sein. Und da muss ich sagen, grundsätzlich ist das ja eine sehr gute Idee und das muss auch dringend eingeführt werden. Mal schauen, ob die Grünen und die Linken das wieder boykottieren werden. Aber wisst ihr, wo das Problem ist? Nirgendwo habe ich bisher gelesen, dass dieser Afghane Suleiman, um den es ja hier geht, vorher schwerst kriminell war. Also vor den Ereignissen von Freitag. Das heißt, dass selbst dieser neue Vorschlag, der jetzt von der SPD kommt, selbst der hätte absolut nichts gebracht und man hätte den Typen nicht dran bekommen. Das sind also weiterhin wieder nur irgendwelche Luftblasen der SPD und irgendwelche Vorschläge, die an der Realität von Freitag komplett vorbeigehen. Und wisst ihr, was das richtig Krasse und Lächerliche ist? Aufgrund dieser Tat vom Freitag will die SPD-Regierung jetzt solche politischen Konsequenzen und solche neuen Gesetze. Aber was soll das Ganze denn bringen? Wir haben doch bereits geltende Gesetze. Dieser Typ war neun Jahre lang illegal bei uns und wurde nicht abgeschoben. Was sollen also neue Gesetze bringen, wenn wir nicht mal die alten regulären Gesetze umsetzen? Rein gar nichts. Jetzt nach dieser großen Tat vom Freitag ist das Geschrei einfach groß und man versucht jetzt mit solchen politischen Forderungen ganz kurz vor der Wahl irgendwie die Haut zu retten, sich zu profilieren. Aber nach der Wahl wird rein gar nichts passieren. Weder bei der CDU noch bei der SPD oder bei anderen Altparteien. Und deswegen müssen wir hier ganz deutlich sagen, wenn wir solche Vorfälle wie am Freitag nie wieder in Deutschland sehen wollen, dann dürfen wir eben nicht die Altparteien wählen. Weil die Altparteien sind mit ihrer Politik und mit ihrem Behördenversagen genau schuld daran, dass sowas passiert. Und das müssen einfach endlich mal alle in Deutschland sehen und begreifen. Und deswegen teilt dieses Video hier in allen sozialen Medien mit allen euren Freunden. Jeder muss wirklich dieses Behördenversagen und auch dieses Politikversagen sehen, welches zu diesen abscheulichen Taten von Freitag geführt haben.